Ich bin jetzt wieder beim Auge. Ich nehme den Schlüssel. Das heißt, wir können uns schon zum Schiebe anfangen. Ja, ja. Aber, mich wohl nicht dran, bitte. Hm? Passt. Ja, ich muss nur die zweite Tür nochmal finden. Ich glaube, die ist da irgendwo. Ja, da. Passt, jetzt ist wichtig, durchschieben. Das ist auch da, Norbert. Ja. Also, dass die uns jetzt nicht entdeckte. Oh, lost. Das war der typische Norbert Gegner, glaube ich gerade. Oh. Oh. War einer der Große? Ja. Ah, es funktioniert schon eigentlich viel besser, wenn man es jetzt gescheit spielt. Da ist auch eine Spritze drin, ich weiß ja auch nicht. Da kommt. Achtung, er hat mich entdeckt. So, ich fang an zu schieben. Ja, passt. Wo bist du Norbert? Oh, okay, ich bin schon entdeckt worden. Auf der Maschine. Auf die Maschine. So was weiß ich nicht, wenn wir alle drei sind. Weil sobald einer kommt, bringt einer ab und der andere schiebt weiter. So jetzt ist zwei Jahre lang, jetzt ist er wahrscheinlich wieder ganz hinten. Hast du ihn, Norbert, zum Schieben? Ich fände ihn zum Schieben, ja. Gut, ich habe zwei Gegner bei mir. An den falschen Endings und an den anderen. Wo ist denn der zu beschieben? Die Fintech hat nichts. Ich komme da entgegen. Quasi. Kannst du mir kurz markieren? Ich kann nicht markieren, weil ich nicht dort bin. Gute Gegner halt. Hier. Oh, mich hat er enttankt. Ich muss weg. Hast du noch Ausdauer? Ja. Ich versuchte ihn nicht. Ich versuchte ihn nicht. Halt. Das ist der Fall. Da ist er, der Falle geht. Ja. Oh, wir haben ihn drinnen. Sehr schön. Wie verfolgt der Brutzler? Ich bin gerade nicht in der Nähe. Da habe ich gerade absolut keine. Absolut keine Batterie mehr. Ich bin da irgendwo in einem vollfinsteren Raum. Der Brutzler ist ein Bastard. Ich kann gar nicht brutzeln. Hast du, der ist wieder zurückgeschoben? Gib ihn rein. Brutzl, Brutzl. Boah. Wow, das sind jetzt alle. Hinter mir läuft der Brutzl. Huh? Huh? Das ist ein Bastard. Ich bin der Mann, der Mann, der Mann! Der Mann, der Mann, der Mann! Ja, bin ich. Also der Putzler ist hinter mir. Ich bin tot. Tot? Da, wer da kommt. Alex, kannst du mich holen? Ich versteck mich da. Nein, aber es kommt genau in meine Richtung. Richtig. Ich bin absolut zählen. Tag. Wander kommt. Ja. Er wird mich jetzt wahrscheinlich finischen dann. Ist er noch da? Ja. In dem Putzlerraum ist dann eine Spritze. Ich bin verblutet. Okay, jetzt sollte ich hinrichten. In dem Putzlerraum ist eine Spritze dann. Ich bin da in dem Putzlerraum. Er finischt mich. Wahrscheinlich. Aber warum rennst du nicht weg mit ihm? Nein. Ich bin es aufgelist. Er hat das Wurzeln eigentlich rausgelegt. Dann habe ich das Zähm. Und wo du? Keine Spritze habe ich schon gerade. Aber ich habe nur gequert. Was? Ich habe schon eine Spritze in der Arbeit. Ich brauche keine Spritze. Ich habe einen Partner gebraucht. Ich habe einen Partner gebraucht. zuamente durchgeführt. Auch mit dem назвiert. Herkenn' Das sind halt alle da jetzt. Das ist ... Robert, du musst sowas anfangen, intelligenter zu spielen, halt einfach. Jetzt, warum wolltest du schon wieder trotzen? Oder ich glaube, dass du das auch nicht mehr machen willst. Warum denkst du, dass wir in Alte so viel leben müssen, die wir spüren? Ja, aber Feuer doch am Leben. Hä? Du bist in Atme gestorben, wie kann ich denn am Leben sein? Also das ist egal, wo ich hingehe, das ist unglaublich. Das ist das Problem. Ach, das ist das Problem. Ja, es geht. Ja, das ist weg, das ist weg, das ist weg. Rehabilitated! Warum zu steinigern, dass du dich an das zu achten kannst? Wenn du das nicht machst, dann hast du dich nicht mehr geholfen. Dann hast du dich nicht mehr geholfen, aber du kannst dich nicht mehr. Dann hast du dich nicht mehr geholfen. Dann ist das nicht mehr. Ich habe kein Gift für dich. Und da hinten, hinter das Auto. Hier, hier ist einer. Ich bin schon wieder tot, oder? Achso, du hast die Spritze schon aufgenommen, okay? Die Spritze habe ich genommen für dich, ja? Nein, ich bin jetzt auch tot. So weit gekommen und dann so dumm verkackt zum Schluss. Ich versuche dann nach hinten in den Raum zu klettern noch. Schaffst du es noch zu mir dann? Ja, die sind halt direkt alle bei mir, oder? Ich hoffe, ich kriege dich noch, aber. Ja, ich werde dich nicht kriegen, Alex. Das ist so leckerlich, erinnert mich hier. Ja. Das war's jetzt. Tschüss! Warte! Wenn einer stirbt, dann einfach vorsichtig. Schade. Hm. Bist du zu was gut? Ja. Ja. Das frustriert jetzt ein bisschen, muss ich sagen. So kurz vor dem Ende. Ich brauche kurz fünf Minuten Pause, Shark ist gekommen. Jo. Jo. Ich glaube auch gleich wieder.